und es ist erst 9 uhr 17 erst also bei mir ist es schon dunkel ich denke wir haben es 21 ja das meine mann oh mein gott die kommen mir hinterher schnell weg fast ineinander das ist so wie ich hab gar keine camcorder ich werf das ding aber hier runter ich würde es wirklich gern versuchen wirklich normalerweise kommst du doch im wasser auf ich sehe das wasser nicht aber ich mach es okay es passiert nichts man kann einfach runter hallo wo er hat bock auf mich was macht er denn da was macht der denn da schnapp ihn dir tyrox der hat angst die schlampe schnapp ihn dir gerade ich muss erst mal eine soda trinken da ja los hier komm her das geht fein und bogen tyrox aber warte 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 ich treffe ihn Mist war nicht geklappt was hast du alles neben dem spiel noch offen äh warte der läuft mit napalm getrenntet irgendwas zieht bei dir extremst an leistung dadurch lagst du alter mein computer läuft war heiß die die in der mir gerade absolut gar nicht aber die sollte ja auch oder dann hast du ihn im update nein ich wüsste warte also steven muss offen sein uns beendet sich auch vor ist aber jetzt möchte ich mal sehen wo wo seid ihr überhaupt ja wo sind wir äh tyrox ich weiß wo es rauskriegt ist gerade nicht passiert das war halt richtig episch ähm ich komm her ne ui ui sauber wie geht das Kletterhaken ich will auch klettern sag du mal wieso rennt ihr so vor wo bist wo seid ihr denn bitteschön ich seh eure nametags noch nicht mal dann guck mal neben dich was wir haben uns halt einfach mal im dunkeln versteckt ja tyrox wo willst du denn ich liebe auf Nummer sicher du ach so ich brauche Hilfe Hilfe an Medizinen Hilfe das glaube ich ach hast du Medizinen ja deswegen ach einfach mal kurz verstecken hier im Dunkeln ach alter oh ich ach lass mich doch nicht allein wie ist ein Juch ach ach ich hab mir das ach 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 ich hab Tränen in den Augen ach ich hab Tränen in den Augen ich bin mir da ich seh nichts ich seh nichts das ist zu dunkel ich auch nicht ach bisschen ach da ist ein Sanu den nehm ich ach so jetzt erstmal Medizin ey der lebt noch nicht mehr Arschloch okay okay abmiddach nein hier ja sei sag nur was lock dich hin brrrrrrrrrrr brrrrrrrr brrrrrrrr brrrrrrrrrrrrr brrrrrrrrrr brrrrrr riech aus Oh selbst kannst du schlagen womit ich mich heilen kann Ja dann musst du erstmal raus zum Eingang kommen ja bin dabei Alter ich verarsch mich geil alter alter es klappt jedes Mal Aua! War ich ja nicht. Wer brennt denn zu? Das war mit Sicherheit deine Idee. Ne, das war meine. Ich hab keine Knochenrüstung mehr. Ich muss mal ein paar Pillen schlucken. Ja, ich brauch auch Pillen. Dann... Geh zum Arzt. Ja. Oh, was ist denn hier? Schuhkrieg! Nö, meine. Meine. Meine, meine. Ja. Riegel? Riegel? Ich will Riegel! Schokorie. Hä? Also. Ab nach oben. Sicher? Ja. Nein. Gleich auch nach unten. Och nee, Leute, wartet doch mal auf mich, du. Okay, ich warte. Sicher, dass wir warten sollen? Nein. Okay. Wie. Oh nein, mein Krokodilskopf. Kannst du wieder zurück zum anderen Eingang laufen? Wie bitte? Was? Nicht. Den bekommst du nicht. Ja, was sagt denn? Ich hab alt gesehen, Alter. So ewig. Aber hey, wir haben... Ihr macht das echt jedes Mal, ne? Tyrox, warum kämpfst du nicht mit der Kettensäge? Gute Frage. Das geht nämlich. Braucht ihr nicht irgendwie Benzin oder so? Na, haben wir doch schon. Ich hab schon 5 Kanister. Ich auch. Kann man das craften oder so? Nein, die findest du. Du bist daran vorbeigelaufen bei der Kettensäge. Genau, da waren zum Beispiel zwei Kanister. Zurück. Jetzt müssen die Angst haben. Oh, ja, okay. Oh! 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 Alter! 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 Ist das dein fucking Ernst? Du hast ihn um... Und vor allem, was macht ihr denn? Sie haben mich umgeflitzt. Ist gemein. Ich hol ihn wieder hoch. Äh... Das war ich, den ich hoch... Ihr seid nicht ernsthaft noch an der Höhle, oder? Tyrox hat aus Versehen, äh, ihn mit der Kettensäge zerstöckelt. Tyrox, mach das bitte nicht. Einer reicht schon aus. Zwei sind definitiv zu viel für unsere Nerven. Ah, ja. Tyrox, warum bist du so weit hin? Weil ich glaub noch Mittag gemacht hab, du. Was gab's für eines? Lände, Wirbel, Rippe oder Bein? Bein. Und eines. Ich dachte Lände. Ich spür dich noch in meinen Länden. Ich brauch ein Krokodil. Warum? Für was? Für mein Haus. Das arme Krokodil. Da brauchst du Irrer. Hilfe! Hilfe! So ein Irrer mit ner Kettensäge verfolgt mich. Geh weg. Lass ihn dich ruhig verfolgen. Hier, nimm wieder Cybot. Alter! 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 Jetzt, 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 jetzt bist du da! Alter! Jetzt bist du, jetzt bist du da! Alter! Geh weg! Also, sag Gott, ich würd lieber aufpassen, ne? Ich bin recht hinter dir. Alter! Alter! Der Willkassons gegenseitig ist. Jo! Geh bei der Gegend! Ich guck euch einfach mal von oben gemüsslich zu, na? Oh, hi! Was? Komm her, nicht zu, ja! Okay. Nein, ich meine den, den anderen mit der Kettensäge. Ich hab auch eine. Ah! Alter! Nein! Scheiße! Brrrr! Wum, ich mach nichts. Ich... Ich hab nur Tile Rocks. Tile Rocks ist so schön, dass mit dem... Die Kettensäge kann auch mehr gehen, Tile Rocks, ne? Alter! Das nimmt dir erst mal ein Drittel vom Leben weg. Vor allem das Abfacken ist, ich bin schon Lola wegen denen da. Weil ich kann dir... Halt, stopp! Kann ich die irgendwie droppen? Ja, tschüss! Ah! Strafe muss sein, du hast mich auch gehittet. Bambi! Ich nur dich! Alter, hier, weiter! Ich reiße dir hinter mir, ich bin wieder weg! Oh, ja! Gut! Still weg, jo! Boot, 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 boot! Noch ein paar Wege! Auf dem Kanal! Och, trink dir nichts, ich finde dich! Was ist das? Noch ein paar Mies! Bitte! Oh, hab ich gerade getötet! Dahinten ist noch eins! Ich werde dich finden! Warte, fack! 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 Hä? Ich hätte gestorben gegen Fallschalt! Äh... Okay? Alles eure Schuld, weil ihr mich die ganze Zeit verfolgt und mobbt! Hä? Ich bin mit dem Tyrox am Reh töten! Ja, ist doch richtig so! Ja, trotzdem! Vorhin hat mich Tyrox umgeklatscht jetzt! Ja? Und? Das ist ne Irrenfein hier! Hier, Tyrox! Top! Ich hab doch schon einen Topf, Mensch, Mann! Ich brauch zum Beispiel noch drei Stück! Warum? Weil Baumharz und so! Jakst du die Echse mit ner Kettensee? Autsch! Wer tut das nicht? Nee, du bist jetzt nie mit Absicht volle Wucht runtergesprungen! Man läuft an der Klippe lang und... Ach, Tyrox! Keine Sorge, ich hab noch genügt! Äh, genügt! Was soll nur aus dir werden? Garnix! Ja, das... genau! Oh, ich musste aufs Trinken gehen! Komm mal kurz auf, K! Ich mach dem hier jetzt ein Geschenk! Der kriegt nen Rehkopf! Mist! Eik, hast du eventuell eins Medizin? Moment! Gibst du denn jetzt einfach nen Rehkopf? Ey! Soll ich mal versuchen? Scheiße, nö! Warte! Warte! Ich hab! Darf ich? Jaaa... Nein, warte! Da! Du hast geholt! Du darfst auch dran machen! Tyrox! Hast du nen Banbi-Kopf? Nein! Komm mal her! Nein! Komm mal her! Jaaa! Du machst jetzt keine Perversitäten damit! Nein! Das ist meins! Hä? Du weißt, wo ist das? Ja! Ja! Sag mal! Ja! Musst du zu uns kommen! Eik! Hier! Ich wollt grad... Ich wollt grad den Banbi-Kopf verstecken! Warte! Hä? Ich hab schon... Jetzt ist er weg! Jetzt ist er weg! Ja! Dann komm mal hierher! Ich hab schon, Eik! Ja, nee! Ich... Warte, du bist Tyrox! Ich möcht' Bäume fällen! Ja! Hier! Du musst sowas nicht verstecken! Guck mal, was du damit machen kannst! Ja! Ich weiß! Ja! Wer wollt ihr denn verstecken? Das klaut dir schon keiner! Keine Angst! Haha! Das ist ja nicht! Was soll doch wieder gar nicht glauben, du! Ja! Das ist egal! Das kann auch ich! Was? Was lässt er dir schon wieder? Nix! Nix! Wir sind ganz lieb! Net! Brav! Aber weißt du was mir... Ey! Weißt du was mir aufgefallen ist, Cybot? Was? Dein Internet ist nicht mehr so scheiße! Stimmt! Halleluja! Was hast du gemacht? Hab gezaubert! Hast geleckt! Oh Gott! Ich könnte so'n schlechten Witz reißen! Oh, das ist so'n bisschen... Oh Mann! Was sah denn ja alle hin? Äh... Ich hock hier im Wasser! Weil hier so'n Arsch ist, der mich angreifen tut will! Und wo ist Tyrox? Der fällt Bäume direkt vor mir! Der Arsch! Als Steiner mal hier runterkommt und das Ding zersägt! Ne! Jo, Tyrox lässt mal zusammen Bäume fällen! Nö! Nö! Das ist... Der Treib... Der Treib... Der Treibstoff ist zu kostspielig! Aber er ist so wertvoll meine ich! Was hat folgt an dir? Alter! Alter! Leute, was geht denn da ab? Ja, komm! In die Fresse! Na, die wollten mir nicht helfen, jetzt hab ich die zu denen gebracht! Hör, was kommt denn zu mir? Ja! Oh, der rennt an mir... Der geht in unsere Base! Yippie! Der rennt zu deinem Haus! Oh, ja! Jo, Tyrox, lass mal den Wald fällen! Ja! Und vor allem, ich weiß nicht mehr, wo der ist! Der ist bei meinem Haus! Der ist an deinem vorbei gerannt! An meinem vorbei! Und ja... Ey, hinter dir! Achtung, da noch's! Was denn? Ein wahrer... Oh, scheiße! Ich hab... Äh... Tot! Ich brauch Knochen! Ah, ich auch! Ich muss schon wieder zwei Rüstungsteile nachbauen! Ich muss ALLE Rüstungsteile nachbauen! Oh! Willst du dann die erste Mal ne Echsenleder-Rüstungs-Dings machen? Dass du wenigstens ein bisschen Schutz hast, weil Knochen ranholen? Naja, ich will's nicht! Nein! Oh, willst du die Leiche dann haben? Ach, der Tyrox! Mhhh... Ich kann mit dir ja selber beworben! Ähm, Eich... Du brauchst du Holz? Der Planet stirbt einfach! Eich, brauchst du Holz? Nein! Willkommen in Holzland! Ich hab genug! Ähm... Können wir mal kurz schlafen gehen oder so? Damit der Held ist? Danach holen wir... Tyrox, danach holen wir Wagen und bauen unsere Dächer! Ja! Arisch! für die Willen und decided werfen wir noch? Der Masch war freundlich in Vielen Dank.